3RTV 3RTV Hallo zusammen, hier sind wir wieder von 3RTV. Hier ist mit Ariana Casoli, die die Ladies Trophy gewonnen hat. Herzlichen Dank, dass du die Ladies Trophy gewonnen hast. Ja, danke Nina. Wie fühlst du dich? Es ist gut. Es ist ein guter Gefühl, wenn du die Titel gewonnen hast. Aber du hast wieder eine Saison mit Ups und Downs. Ja. Es ist ein schwieriger Gefühl. Es ist die 3RTV. Es ist ein schwieriger Jahr, denn wir waren aus der Saison alleine auf der Racetrack. Und jetzt ist es endlich mit jedem hier auf der Racetrack. Es ist etwas Besonderes. Wir erinnern uns ein bisschen die letzten Jahre, mit all den Spaß, mit den Party und alles. Und das ist sehr gut. Ja. Dieses Weekend war auch eine von Ups und Downs für dich. Dieses Weekend war ein bisschen schwierig für dich. Ja. Wir hatten ein paar kleine Probleme in der Free-Practice. Aber wir haben es versucht, hoffentlich. Hoffentlich, ja. das war ein bisschen Und das war die heute, war sehr gut, bis zum Ende. Aber es war ein paar Körner für mich. Und jeder hat sich gesehen, was passiert. Ja. Aber... war es so... war so... ...quiet. Ja. Weil ich musste die Runde mit keinen Problem haben. Auch für Jimmy, der war für den Titel. Ja, das stimmt. Also für Jimmy, Also, ich hatte eine hohe von Punkt, und ich wollte es mit keinen Problem haben. Ja. Und du hast es gut. Ja, das war. Nicht im Mittwoch der Gruppe, weil sich mit allen vielleicht ein bisschen gefährlich wäre. Ja, das stimmt. Okay, so, congratulations again. Will we see you next season? Let's see, we are working on it and let's see what happens. Okay, hope to see you again next year. Thank you. Thanks everybody. And thanks to the team for the amazing job they do always.